Hi, ich bin Jasmine und ich freue mich sehr für mich auf meiner Reise durch Australien begleitet. Viel Spaß! Ich komme hier, ich komme hier. Ich komme hier an, die Kangaroos. Ich komme, Piggi. Piggi! Hallo! 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 Ja! Ah, sie ist da! Sie hat keine Essen! Oh, blau! Ja! I love how they jump! Hallo! Hallo! Oh, you are so cute! You are so cute! So cute! So cute! So cute! You are so funny! Hey! Hey! Wow! Hello! 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 Here? You get also something! Wait, wait, wait! Wait, wait, wait! Here, oh! Where are you? Wanna see? Curious? What is that? What is that? What is that? Ah, ah! That's my finger! Come on! Yes, I have something! Wait a second! Wait a second! I have something! Yes, yes, yes! Hello! Yes, yes! Ah! I just walked in the room! Ah! Oh! Come on! Come on! Come on! Here are some dingoes! Banjo Pearl Matilda! And emus! Here are some dingoes! Oh! Now I'm at Jurassic Park! Ha ha ha! In Philadelphia! Thank you! Here! Thank you! Hello! 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 Not everything is something to eat! Tastes babying? Yeah! Cool! Awesome! Thank you! Alright, cheers! Thank you for staying! Thank you very much! Thank you very much! How are you? Thank you! Ah! Your camera? Ja Did you get some photos of it when it was in her hand? Ja Oh wait You can put your hand underneath if you want Swap hands, put that in her hand That's it Come here buddy See ya There you go There you go There you go Oh 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 Who Oh 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 Die anderen machen gerade noch, ich war ziemlich schnell. Ja und wir sind jetzt hier in diesem kleinen Park. Und ich hab auch noch Anna. Okay, wir verlassen jetzt Australien. Wow. So, dann gehen wir nach Hard River Provence. Das gehört nicht zu Australien dazu. Das ist ein eigenes Land. Wer mehr wissen soll, gibt's bestimmt irgendwas online. Ich erzähle euch jetzt noch die ganze Story. Aber witzig, ne? Ja. 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 So, wir sind jetzt in Calverin. Ich habe mich ja total schon auf Standboarding gefreut und das fällt jetzt aus, weil das hätte am Montag stattgefunden, als unser Bus liegen geblieben ist. Jetzt muss ich irgendwo anders noch eine Möglichkeit finden, Standboarding zu machen. Ja, so jetzt heute in Calgary, morgen kann man Upseiling machen. Ich weiß nicht, ob ich das mache. Und dann geht es Donnerstag nach Franky Maia zu den Delfinen. Ja, da bin ich schon echt gespannt. Und jetzt Sonnenuntergang, nachher vielleicht ein bisschen Stargazing. Und dann gucken, wie es sonst noch so wird. Und dann geht es wieder zurück nach Perth. Soure Und adjustat g